Herzlich willkommen hier beim We Love MMA Podcast zu der großen Prognose für UFC 254, Khabib Nurmagomedov vs. Justin Gaethje im Main Event. Zur Unterstützung habe ich mir meinen guten Freund Vincent dazugeholt. Grüß dich. Hallo, servus. Ja, UFC 254, Samstag auf Sonntag. Wobei, kann man eigentlich Samstag auf Sonntag sagen, wenn die Main Card ja schon um 20 Uhr startet? In Deutschland um 20 Uhr? In Deutschland um 20 Uhr, genau, genau. Wirklich? Ja, Samstag 20 Uhr live auf The Zone. Wow, wie kommt das denn zustande? Das überrascht mich. Das wusste ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall ist es so und ich freue mich, ich weiß gar nicht, worüber sollen wir zuerst sprechen? Khabib, sollen wir bei Whittaker anfangen oder fangen wir eher weiter unten auf der Main Card an? Nein, ich glaube, wir müssen über das Main Event reden. Ich bin schon so aufgeregt, oder? Ja, natürlich. Ich meine, darum geht es. Deswegen haben doch die Leute hier eingeschaltet, oder nicht? Also, ich bin ehrlich, ich freue mich mindestens fast genauso viel auf Robert Whittaker versus Jared Cannon hier. Ich bin aber auch ein großer Whittaker-Fan, muss ich dazu sagen. Ja, klasse, klasse Kampf auf jeden Fall. Whittaker auch einer meiner Lieblinge. So, wie du magst, aber wir können auch gerne mit dem Co-Main anfangen. Lass uns weiter unten auf der Main Card anfangen. Magomed Ankalaev versus Jon Kucelaba, denn das ist eine spannende Ansetzung. Das ist auch. Genau. Klasse. Magomed Ankalaev versus Kucelaba ist nun das fünfte Mal, dass er angesetzt worden ist. Das fünfte Mal? Ja, genau. Wir erinnern uns, einmal fand der Kampf tatsächlich statt. Da hat Jon Kucelaba, ja, so getan, als wäre er rocked, als würde er gerade auf wackeligem Bein stehen. Der Referee hat das Ganze ernst genommen, hat den Fight unterbrochen, weil er dachte, Kucelaba ist am Ende. Und ja, plötzlich war er dann doch wieder ganz fit. Dann war einmal Ankalaev erkrankt, dann war Kucelaba erkrankt und nun sehen wir die beiden. Genau. Kucelaba mit Covid, zweimal auch hintereinander, glaube ich. Es war abwechselnd auf jeden Fall, ja. Wie hast du denn diese Sache wahrgenommen, dieses Faking von Kucelaba, als der Kampf passiert ist damals? Dachtest du, das sei Schauspielerei gewesen von ihm, oder war er wirklich angedringend? Prinzipiell ist er mit seinem Kopf so offensichtlich hin und her gewackelt, dass man als Zuschauer sich schon dachte, okay, entweder er ist gerade wirklich stark angeschlagen oder dass es wirklich schlecht geschauspielert. Ich kann aber den Referee verstehen, denn jetzt stell dir einfach mal vor, Kucelaba macht den Anschein, als ob er gerade wirklich kurz vorm Umkippen ist. Und am Ende würde sich rausstellen, Moment mal, der war ja wirklich angeschlagen und hätte es nicht gefakt. Dann hätte es natürlich auch viel Ärger für den Ref gegeben. Und ein Referee, der kann halt nicht fünfmal in der Wiederholung schauen. Und oh, wie sind die Augen und so weiter. Der muss in dieser Sekunde handeln. Und wenn es nun mal so aussah, als wäre Kucelaba angeschlagen gewesen, stark angeschlagen gewesen, ich kann es verstehen, wenn der Ref unterbrochen hat. Ich kann es auch verstehen, dass Kucelaba danach wütend war, auch wenn er, das muss ich auch dazu sagen, schon ein wenig selber schuld war. Ja, ich denke auch, dass Kucelaba sich da eigentlich nur selber Vorwürfe machen kann und nicht dem Referee. Ja, schwierige Situation. Also er ist damit auf jeden Fall ein Risiko eingegangen und das hat sich nicht ausgezahlt. Also er hat Glück gelaufen. Aber er hat ja das Glück, dass der Kampf nochmal angesetzt wurde, weil ich glaube, die meisten Fans erkannt haben, dass er da nur geschauspielert hat oder zumindest ihm das geglaubt haben, nachdem er das gesagt hat. Und die UFC hat das wohl auch geglaubt und gedacht, ja gut, dann buchen wir die halt nochmal. Ja, vor allem seine Reaktion kam ja unmittelbar, nachdem der Referee abgebrochen hat. Genau, und der war ja auch nicht auf wackelnden Beinen danach und so. Und es gab ja auch die Leute, die gesagt haben, selbst wenn er angeklingelt war, wäre das noch zu früh gewesen, weil er ja nicht hingefallen ist und so. Die haben jetzt dieses Wochenende, also gestern zum Beispiel, auch Stoppages im Stehen gesehen durch Strikes. Und ich finde auch, das ist manchmal gerechtfertigt. Und in dieser Situation, wenn Kutilaba da wirklich so angeklingelt gewesen wäre, wie es den Anschein gemacht hat, dann war das schon meiner Meinung nach gerechtfertigt. Ja, interessantes Thema. Guter Fight. Bin froh, dass das nochmal passiert. Weiß auch nicht genau, wie das ausgeht. Ja, was schätzt du? Wir haben ja ein bisschen etwas vom ersten Fight gesehen. Da haben sie sich auch im Stand gegenseitig geschlagen. Meinst du, wir werden jetzt eher einen Fight auf dem Boden sehen? Meinst du, einer von beiden wird den Kampf auf dem Boden verlagern? Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass gerade Kutilaba den Takedown sucht und Ground and Pound versucht, wie er zum Beispiel Khalil Roundtree besiegt hat zuletzt. Aber ob er das hinkriegt, ist auch so die Frage. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht viel Tape studiert, was Magomed Ankalaev angeht. Er ist der Favorit, soweit ich weiß, was die Quote angeht. Und nachdem wie der erste Kampf abgelaufen ist, ist das vielleicht auch angemessen, oder? Ja, ich würde sagen, wir springen ein bisschen weiter. Islam Makhachev vs. Rafael dos Anjos fällt leider aus. Cynthia Cavillo vs. Lauren Murphy fällt ebenfalls leider aus. Zwei Kämpfe von der Maincard sind gestrichen. Aber, und er war so... Corona, oder? Ich denke, RDA ist tatsächlich erkrankt, ja. Und ich meine, beim zweiten Fight auch. Oder eine Verletzung, so genau weiß ich nicht. Bei RDA bin ich mir aber ziemlich sicher. Das hatten wir schon öfter mit brasilianischen Kämpfern tatsächlich. Ja. In den vergangenen Tagen oder Wochen. Was war sein Gegner? Dos Anjos Gegner? Makhachev. Oh, ja. Guter, guter Fight. Und die Frauen? Richtig guter Fight gewesen. Das wäre Cynthia Cavillo vs. Lauren Murphy. Auch gut. Fällt mir. Aber... Schade. Lass uns nicht so viel über die Kämpfe sprechen, die ausgefallen sind, weil die sehen wir ja eh nicht. Sondern im Heavyweight. Alexander Wolkow vs. Walt Harris. Das ist wirklich ein guter Fight. Ich freue mich. Walt Harris hatten wir zuletzt gegen Alistair Overeem gesehen. Das war der Fight, bei dem er Overeem fast gefinisht hätte, aber auch nur fast. Später wurde er dann von Overeem gefinisht. Und Alexander Wolkow, der hat auch immer... Mal gewinnt er, dann verliert er. Aber er sieht immer relativ gut aus. Er hat ja auch gegen Greg Hardy gewonnen. Wir müssen uns aber auch erinnern, dass Greg Hardy besser aussah, als viele erwartet haben gegen Alexander Wolkow. Und ich denke, hier erwartet uns auch ein schöner Fight im Stand. Genau. Ich glaube, das kann man aber nicht Wolkow vorwerfen, dass Greg Hardy gut aussah in dem... Also er verhältnismäßig gut aussah in dem Kampf. Sondern Greg Hardy ist halt einfach nicht so schlecht. Und Wolkow war ja auch gut in dem Kampf. Also er hat ja gewonnen. Und das war auch eine relativ eindeutige Sache. Stimmt, zuletzt die Niederlage gegen Curtis Blades. Den habe ich schon fast vergessen, den Kampf. Das war ja hauptsächlich Grappling, ne? Mhm. Genau. Ja, schwierig. Also Wolkow ist halt kardio-mäßig nicht so gut dabei. Das sind drei Runden Kampf jetzt. Also... Aber... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Wolkow ist leider doch noch auf einem anderen Level als Wolkow. Und ich weiß auch nicht, wie gut er jetzt die Niederlage weggesteckt hat. Ähm, du hast das sicherlich mitgekriegt, seine familiäre Situation, ne? Ja. 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 Daraufhin dann noch eine Niederlage einzustecken. Ich bin mir nicht sicher, wie fit er mental ist jetzt. Und das hat dann sicherlich auch einen Einfluss auf sein Training und seine körperliche Verfassung, wenn er mental nicht bereit ist. Aber unabhängig davon, glaube ich, dass Wolkow einfach, ähm, durch, durch die, erst mal die Reichweite, wobei Reichweite ist, glaube ich, ähnlich. Wolteris hat, glaube ich, relativ lange Arme. Aber die Kardio, die Kardio von Wolkow, ähm, das ist ein großer Vorteil. Und dann, ja, es besteht vielleicht die Möglichkeit, dass Wolteris ihn früh da rausholt mit einem KO oder, ich weiß es nicht, Brown and Pound oder so. Mhm. Aber Wolkow ist zäh. Dem passiert das nicht so oft. Äh, dieser Derrick-Lewis-Schwinger in der letzten Runde, ähm, das war ... Ja, 229 war das, glaube ich, ne? Das war doch ... Genau, das war MacGregor-Khabib. Ja, das war, genau, das war MacGregor-Khabib. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ... Also, das war, das war dieser, ähm, dieser berühmte, ähm, wie nennt man das noch? Da gibt's doch einen Begriff, einen englischen Begriff. Die Punch-Aus-Chance. Ja, aber da gibt's doch noch, ähm, so ein Hail-Mary-Shot, sowas in der Art. Da gibt's noch einen Begriff für, der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall, ähm, Wolkow hat da nicht aufgepasst. Das war elf Sekunden vor Schluss. Er hat den Kampf davor dominiert. Und Derrick-Lewis hat vielleicht den härtesten Punch in Heavyweight, neben Menganou. Also, das ... Gibt mir jetzt nicht so viel Anlass zu sagen, Walt Harris schlägt ihn wahrscheinlich Karo in Runde 1. Und wenn er das in Runde 1 nicht schafft, ähm, da zumindest zu dominieren und Damage zu machen, dann glaub ich einfach, dass Wolkow das über die Distanz gewinnt. Vielleicht sogar durch Finish, wenn Harris müde wird. Ich muss sagen, ich erinnere mich auch oft an diesen, ja, Last-Second-Knockout von Derrick Lewis gegen Alexander Wolkow. Wolkow aber ist ein wirklich guter Fighter. Ich denke auch, dass er das machen wird. Vielleicht will er ja auch Walt Harris eher auf Distanz halten. Walt Harris hat gegen Overeem gezeigt, dass er stark ist. Wie gesagt, ich denke, das größte Problem im Overeem-Fight von Walt Harris war einfach, er wollte ihn finishen, hat dort 100% gegeben und dann hat er diesen Finish nicht bekommen. Dann wurde der Kampf eben nicht beendet, sondern ging weiter. Dann war natürlich zum einen die Ausdauer weg, zum anderen hatte er dann noch zwei Runden, die er kämpfen musste, was dann natürlich nicht die beste Kombination ist. Ich würde sagen, wir springen rüber zum Co-Main-Event. Robert Whittaker vs. Jared Kanonier. Im Endeffekt wissen wir, das ist der nächste Mann für Israel Adesanya. Und ich denke, da sind sich alle einig, wer hier gewinnt, der kämpft als nächstes gegen den Champion. Und Jared Kanonier hat eine unfassbare Entwicklung hinter sich. Er kam vom Heavyweight zum Light Heavyweight, zum Middleweight. Und Whittaker, ja, er hat sehr, sehr eindeutig gegen Israel Adesanya verloren. Sah dann aber in seinem Comeback-Fight, möchte man das fast schon nennen, gegen Darren Till sehr, sehr gut aus. Das Problem ist, Jared Kanonier kann sich ausknocken wie kaum ein Zweiter im Middleweight. Der hat eine unfassbare Knockout-Power. Und Robert Whittaker, der ist schon anfällig für harte Treffer. Das haben wir gegen Adesanya gesehen, gegen Romero mehrmals gesehen. Auch wenn er sich beim Romero-Fight, vor allem beim zweiten Kampf, immer wieder noch mal retten konnte. Dasselbe kann man aber auch über Jared Kanonier sagen. Der Mann wurde auch schon ein paar Mal ausknockt. Man erinnert sich vielleicht an, wie heißt er, Light Heavyweight Dominic Reyes. Mhm. Der zuletzt ja von Jan Blachowicz ausknockt wurde selber. Ja. Spannendes Ding. Knappe Sache, finde ich. Jared Kanonier ist schwer einzuschätzen für mich, wie gut er geworden ist mittlerweile. Whittaker auf der anderen Seite sehr konsequent. Eigentlich gibt es bei Whittaker keine großen Überraschungen. Es ist halt die Frage, ob er harte Schläge noch gut einstecken kann mittlerweile. Aber so von dem, was er macht, offensiv, ist er eigentlich immer konsequent und gut dabei. Gute Cardio, gutes Wrestling, gute Strikes, schön variabel, hohes Volumen. Power auch. Die Frage ist, ist Kanonier mittlerweile so gut geworden, dass er da mithalten kann? Oder wird er eben einen Knockout-Punch landen können? Da muss er ja gar nicht unbedingt der Bessere sein, so vom Skillset her. Ja. Wenn er ihn gut trifft und Whittaker das nicht wegstecken kann. Das ist ja die berühmte Punch as Chance. Genau. Das gilt ja umgekehrt auch. Eben. Aber ich glaube, wenn einer hier ausgenockt wird, rechnen die meisten Leute, glaube ich, mittlerweile damit, dass es Whittaker ist, oder? Wie siehst du das? Glaube ich auch. Ja, ich denke aber, das liegt eben auch klar, wenn wir jetzt mal Kanonier vs. Jack Hermanson sehen, dann ist natürlich klar, warum man Sorge hat, dass ein Whittaker ausgenockt werden kann. Zumal wir ja natürlich wissen, dass auch ein Adesanya-Whittaker sehr schnell gefinisht hat und sehr schnell die Kontrolle über den Kampf bekommen hat. Auf der anderen Seite muss man halt ganz klar sagen, Adesanya ist einer der besten Kämpfer weltweit aktuell. Auf jeden Fall. Was er mit Paolo Costa veranstaltet hat, mit Romero, mit Whittaker, egal mit wem, er hat jeden Kampf gewonnen. Und natürlich kann ich nicht sagen, okay, Moment mal, Adesanya hat Whittaker gefinisht, dann wird es Kanonier auch schaffen. Nein. Ich persönlich glaube, das wird ein schöner Fight im Stand. Ich denke aber schon, dass Whittaker vielleicht auch sein Grappling nutzen wird und Kanonier vielleicht auf dem Boden kontrollieren möchte. Aber wir haben Whittaker ja, wie gesagt, gegen Darren Till gesehen. Darren Till auch ein wahnsinnig guter Striker geworden mit der Zeit. Und da sah Whittaker auch richtig, richtig gut aus. Klar, auch ein Darren Till hatte seine Momente. Aber Whittaker hat diesen Fight gemacht. Und Till hat auch gute Takedown-Defense. Muss man aber auch über, also das, was Jared Kanonier da gegen Jack Hermanson machen konnte, das sollte einem ja auch viel Confidence geben, dass er mit dem Grappling und dem Wrestling umgehen kann. Er wurde ja, glaube ich, auch zu Boden gerungen dann von Jack Hermanson und ist direkt wieder aufgestanden. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau daran, aber das war schon gut von ihm, was das Grappling angeht. Und dann haben wir ein Match zwischen zwei Strikern hier, Kanonier sicherlich weniger Output, also wird es eventuell schwierig, das Ding durch Punkte zu holen für ihn. Andererseits, es sind drei Runden, oder? Es sind drei Runden. Ja. Man muss ja auch nicht unbedingt ein höheres Volumen haben, wenn man die Wirkungstreffer landen kann. Was ist denn deine Einschätzung? Wer macht den Fight? Ich glaube an Whittaker. Also Whittaker hat, einfach weil ich weiß genau, wie gut Whittaker ist, was Whittaker kann. Klar gibt es da die Sorge, dass er eventuell sich hier ordentlich einen einfangen muss und zusammenklappt. Aber ich denke, das Volumen, Cardio-Output, er hat zumindest, wenn er, wenn der Kampf über die Distanz geht, für mich die bessere Chance hier. Also ich sehe eigentlich nicht, wie Jared Kanonier das Ding über die Punkte holen kann. Es sei denn, er macht sowas ähnliches wie Joel Romero und kriegt irgendwelche großen, hat irgendwelche großen Momente in den Runden, Knockdowns. Das kann ja sein, aber... Ähm, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so sicher, wie gut Kanonier ist. Ich, ähm, will mich da nochmal ein bisschen, ich will nochmal mehr von ihm sehen im Mittelgewicht. Bevor ich sagen kann, jemand wie Robert Whittaker, ähm, wird wahrscheinlich gegen ihn verlieren. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Whittaker gewinnt. Ich denke auch, dass Whittaker dann sein Rematch gegen Adesanya bekommt. Aber, wie das dann gegen... Meinst du wirklich, dass die den direkt buchen dann? Na, na klar. Ich meine, ehrlich, dann hat Whittaker gegen Darren Till gewonnen und gegen Kanonier. Gegen wen soll er dann, ne? Gegen wen soll er noch kämpfen? Ja, äh, 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 äh. Ja, damit, wenn Paolo Costa gewinnt, er sein Rematch bekommt. Mhm. Verstehst du? Also... Ja, aber dann könnte man natürlich, sollte jetzt Whittaker gewinnen, könnte man natürlich Costa und Kanonier buchen. Ja, das wäre auch eine interessante Ansetzung. Genau, und die gucken dann, weiß ich nicht. Die müssten dann wahrscheinlich noch einen Kampf haben danach, aber... Also der Gewinner von dem... Vergiss mir auch mal nicht Darren Till. der sah gegen Whittaker richtig gut aus richtig, ja, es ist halt eine Niederlage ja, aber es ist eine geile Gewichtsklasse, das Mittelgewicht macht richtig Spaß ja, mittlerweile wirklich gut besetzt in den Top 5, Top 10 so, dann würde ich sagen Vincent kommen wir zum Main Event Habib Nurmagomedov versus Justin Gaethje, gib uns doch einfach mal einen kurzen Einblick in die Geschichte was dich erwartet, was wir erwarten dürfen, erzähl einfach mal ein bisschen na, ich bin ja schon also, Justin Gaethje ist mein Lieblings MMA-Kämpfer aktuell das war mal TJ Dillashaw, aber wir wissen alle, was mit ihm passiert ist ähm und, also wenn er zurückkommt im Januar und gut aussieht dann wird mein Herz vielleicht wieder schlechter ist vielleicht wieder höher für TJ Dillashaw aber ist ja auch egal ich liebe Gaethje weil Gaethje der wohl unterhaltendste MMA-Kämpfer ist den es gibt zumindest auf diesem Level jeder einzelne von seinen Kämpfen ist ein absolutes Action-Spektakel ein Bahnburner wie der Amerikaner sagen würde ähm und ich glaube ich war sogar schon Gaethje-Fan bevor er in die UFC gekommen ist und was er dann in der UFC für Kämpfe hatte jeder einzelne davon ähm klasse die langweiligen Kämpfe in Anführungszeichen sind vielleicht die wo es schnell vorbei war aber auch da gab es spektakuläre Knockouts ähm zwei Niederlagen natürlich gegen Eddie Alvarez und Dustin Poirier ähm Knockout-Niederlagen man sagt danach hätte er seinen Style verändert ähm er war allerdings schon ein bisschen passiver auch in dem in dem Poirier-Kampf ich bin nicht sicher ob da der Wandel wirklich danach kam oder schon davor und das einfach stilistisch nicht gut funktioniert hat für ihn aber ähm ganz egal der Justin Gaethje der Tony Ferguson besiegt hat ist der beste Justin Gaethje den wir je gesehen haben auf jeden Fall und ähm Gaethje wrestelt seit er vier ist seit er vier Jahre alt ist ähm war da auch sehr erfolgreich ähm und hat bisher in seiner MMA-Karriere überhaupt keine Probleme mit Grapplern gehabt es gibt zwar Takedowns die er aufgeben musste aber er ist danach immer wieder sofort aufgestanden die Frage ist natürlich ob das auch gegen Kabib funktioniert und ähm da bin ich mir nicht so sicher weil Kabib ist wirklich richtig gut also sein Wrestling ist wirklich klasse die Takedown Shots allein die Versuche ähm er ist super schnell wenn er die Distanz überwindet sein Timing ist perfekt er ist ein ähm gnadenloser Chain Wrestler und ähm wenn er dich einmal irgendwie wenn er einmal seine Arme um deine Hüfte geschwungen hat dann ihn dann da loszuwerden ist wirklich eine Challenge ob Geiji das ob Geiji das hinkriegt und dann äh in den Stand-Up-Momenten äh genug Schaden austeilen kann um zu gewinnen weiß ich nicht ich glaube die Quote ist nicht akkurat äh Justin Geiji mit 3,5 Khabib Neymar Gunn-Madoff mit 1,3 das bedeutet wenn man jetzt 100 Euro äh riskiert gewinnt man 30 wenn man auf Khabib setzt wenn man 100 Euro riskiert für Geiji gewinnt man 250 ähm ich glaube es sollte ein bisschen äh ausgeglichener sein ähm ähm aber Geiji ähm ist sicherlich trotzdem noch der Underdog äh zurecht weil niemand Khabibs Wrestling-Attacke wirklich widerstehen konnte es gibt diesen berühmten Kampf gegen Gleisen Thibau wo ähm Thibau jeden Takedown-Versuch abwehren konnte aber er hat trotzdem nicht gewonnen und er war die meiste Zeit am Käfig und musste den Takedown abwehren und stand dann da und hat trotzdem verloren die Kommentatoren dachten damals dass das ähm wohl an Thibau geht aber die haben nicht richtig aufgepasst wenn ich ehrlich bin also in den Stand-Up-Momenten war Khabib dann trotzdem der Bessere und ähm Thibau Thibau musste halt die ganze Zeit den Takedown abwehren so er hat ja nicht selber dann äh irgendwie Clinch-Offense gehabt oder so er hat ja selber keinen Schaden angerichtet in diesen Momenten und Khabibs Cardio ist gut genug dass dass man nicht denkt oh der macht sich jetzt hier müde mit diesen ganzen Takedown Versuchen äh das geht bestimmt wenn das jetzt ein 5-ründiger Kampf wäre nicht gut aus für ihn sondern bei Khabib sieht das so aus als könnte der das für immer machen und das ist vielleicht auch so also also er ist natürlich nicht er ist natürlich immer noch ein Mensch aber ähm vielleicht gibt es niemanden der da kardiotechnisch mithalten kann in der UFC vielleicht Gaethi Gaethis Cardio ist immer ein bisschen unterbewertet gewesen ähm aber ich muss es erst sehen bevor ich es glauben kann glaube ich Gaethi selber Gaethi selber sagt aber auch er wrestlt nicht gerne weil es ihn müde macht genau das dürfen wir nicht vergessen er ringt ja nie in seinen Kämpfen man hat ihn in den letzten Kämpfen gar nicht ringen sehen und er selber will das nicht benutzen genau er benutzt das nur defensiv genau du hast recht mit der Entwicklung von Gaethi ich glaube die Entwicklung von Gaethi kam nach dem Barbosa Fight beim Cironi Fight haben wir schon einen neuen Gaethi nee Moment es war Tony der gegen Cironi gekämpft hat aber Gaethi hat auch gegen Cironi gekämpft ja doch ja genau beim Cironi Fight haben wir schon einen neuen Justin Gaethi gesehen und beim Tony Ferguson Fight war Gaethi da hat er sein Meisterwerk abgelegt so gut gekämpft hat er da noch nie und ich glaube dass Gaethis Grappling gut ist aber es wird nicht für das Grappling von Khabib reichen und ich glaube auch und jetzt werfe ich mal eine wilde Theorie in den Raum ich glaube auch dass Khabib ein bisschen im Stand gegen Gaethi kämpfen möchte denn ich bin mir nahezu sicher dass Khabib massiv auch an seinem Stand-Up Game gearbeitet hat und sein Stand-Up in den letzten Jahren massiv verbessert hat wir sehen das in allen Kämpfen gegen L.I.A. Quinter wollte er ein bisschen im Stand sein gegen Conor McGregor wollte er im Stand sein gegen Dustin Poir ebenfalls und ich bin mir sicher dass wir hier auch vielleicht eine Runde je nachdem wie der Kampf natürlich läuft dass wir eine Runde Khabib vs. Gaethi auf jeden Fall im Stand-Up sehen werden denn ich bin zuversichtlich dass Khabib jetzt in der Vergangenheit im letzten Jahr auch und allgemein sein Stand-Up Game massiv verbessert hat und er hat natürlich das Ringen im Blut er hat das perfektioniert das er lebt das ich kann mir gut vorstellen dass wir hier auch einen besseren Striker in Khabib sehen werden und genau deshalb wird das auch so spannend ich kann mir nicht vorstellen dass Khabib verliert bin ich ehrlich ich denke dass Khabib zu gut ist auch für Justin Gaethi und die Frage ist in meinen Augen nicht kann Gaethi die Takedowns abwehren sondern die Frage ist wie reagiert Justin Gaethi wenn er auf dem Boden liegt diese Frage stelle ich mir ich frage mich nicht wird Khabib Gaethi zu Boden bekommen sondern wie reagiert Gaethi wenn Khabib ihn zu Boden gebracht hat genau kann er wieder aufstehen ist meine Frage auch eher ähm Gaethi hat ja seine seine Footwork richtig betont nach dem Ferguson Kampf und auch in den Interviews jetzt vor dem vor dem vor dem vor dem Nürnberg-Madoff-Kampf er sagt ja durch meine Beinarbeit äh ist es quasi unmöglich die Distanz vernünftig zu überwinden und mich runter zu wrestlen ähm ähm ich weiß halt nicht genau wie sehr Tony Ferguson den Takedown gesucht hat in dem Kampf in dem letzten und Cerrone und so da muss man die Frage ja gar nicht stellen Edson Barbosa will nicht grappeln und ähm James Wick will das auch nicht und äh Cerrone wollte das auch nicht in dem Kampf also die haben den Takedown gar nicht erst gesucht Porrie auch nicht Michael Johnson nicht Eddie Alvarez äh Eddie Alvarez hat sogar einen bekommen glaube ich aber ähm das sind alle Striker die wollen den Takedown nicht so dringend wie Nürnberg-Madoff und Tony Ferguson hat zwar einmal diese Iminari-Roll versucht in der fünften Runde oder in der vierten ähm aber ansonsten waren da nicht viele Takedown-Versuche von ihm ein paar vielleicht und Gaiji war dann auch weit draußen aber Khabib ist wahnsinnig schnell was die Distanz äh Überwindung angeht ähm und sein Timing ist exzendent wenn die beiden äh einen Schlagabtausch haben dann stehen sie ja relativ nah aneinander und wenn Khabib dann den Takedown gut timet weiß ich nicht ob Khabib da ach ob Gaiji da wirklich mit seiner Beinarbeit ähm entweichen kann ähm rechtzeitig und wenn Khabib ihn hat dann wird er wahrscheinlich ihn an den Käfig äh drücken also Gaiji wird wahrscheinlich seinen Balance halten können lang genug um äh zum Käfig zurück zu taumeln quasi und dann müssen wir gucken dann äh wird Khabib eben sein Chain Wrestling auspacken und allein das ist gut für ihn was die Punkte angeht denke ich weil es ist schwierig wenn man die ganze Zeit den Takedown abwehren muss wenn man mit dem Rücken zum Käfig äh steht Punkte zu machen Damage zu landen klar man kann Ellbogen und Knie und sowas versuchen aber es ist schwieriger aus der Position ähm und Khabib der versucht es ja andauernd der will den Takedown der hebt dich hoch der äh wechselt von Single Leg zu Double Leg der geht nach hinten der versucht irgendwelche Trips der versucht irgendwelche Slams um das die ganze Zeit abzuwehren ähm ja wird schwierig Gaiji schafft das vielleicht für ein paar Runden ähm ich weiß nicht wie es aussieht später und ich weiß auch nicht wie viel Zeit er hat ähm in dem Kickboxing Match um Damage zu machen und wie du das ja auch schon gesagt hast Khabib ist äh wenn man sein Wrestling mal komplett ausklammert ein guter Striker ähm der hat vielleicht nicht perfekte Defense so seine Hände sind immer weit unten er ist ein bisschen wild aber er ist super schnell richtig viel Power ähm und ich glaube er kann auch einstecken also er wurde ja schon ein paar Mal getroffen in seiner Karriere es gibt diesen berühmten Michael Johnson ähm Moment wo er ihn einmal getaggt hat geklippt hat ähm das wird immer so vorgehalten als sei das der Moment gewesen wo Khabib wirklich äh groß Ärger hatte wo Khabib wirklich ähm ähm in Dire Straits war also das habe ich aber tatsächlich nie verstanden ich habe es mir oft angesehen diesen Michael Johnson genau ja aber also er taumelt so ein bisschen zurück ne in dem Moment aber er sieht jetzt nicht wirklich er hat jetzt kein Chicken Dance dahin gelegt kein John Kucelawa richtig der ist er ist einmal gut getroffen worden er ist einmal geklippt worden so ja aber das deutet jetzt nicht für mich darauf hin dass man gut Geji hat natürlich Power wie kein zweiter in dieser Gewichtsklasse ähm er hat sowohl das dürfen wir ja nicht vergessen bitte und Volumen genau ähm ja klar er macht Attractive Damage also kumulativen Schaden sodass ähm ja es ist spannend also es auch die Legkicks von Geji äh äh es ist eine interessante Frage ich weiß nicht wie ähm wie Nürnberg Gomedov darauf reagiert wenn Geji mehrere Legkicks landen kann ob ihn das langsamer macht ob ihn das ein bisschen zurückhaltender macht und so aber ich kann es mir nicht vorstellen und ich glaube die Gelegenheit wird da auch ähm nicht so oft da sein früher also ich glaube Nürnberg Gomedov wird schnell den Takedown suchen wenn der Kampf losgeht auf dem Weg nach nach innen in die Distanz wird er wahrscheinlich ein Legkick schlucken müssen oder vielleicht ein Uppercut oder sowas einen rechten Haken ähm aber das wird ihn nicht direkt fertig machen Geji kann dann vielleicht noch ausweichen ein paar Mal ja das ist die Frage also die Beinarbeit von Geji finde ich sehr ähm sehr spannend weil ähm die war vorher nicht da in dem Tony Ferguson Kampf sah das einfach anders aus und in dem Cerrone Kampf auch ähm da war er viel flinker unterwegs ähm Distanzmanagement ziemlich klasse aber das war ein Striker und Nürnmagomedov will den Takedown da gibt's ja keinen Zweifel also ich denke nicht dass Nürnmagomedov in der ersten Runde mit Geji striken will nein 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 später vielleicht wenn der Kampf gut läuft für Rabib dann rechne ich schon damit zwei Runden ist wie bei Conor oder bei bei Pori oder Al Quinta genau ja ich denke auch dass Habib relativ schnell diesen Takedown suchen wird dass Rabib sehr schnell die Kontrolle über den Kampf auch erlangen wird und sehr schnell klar wird okay das ist ein klassischer Rabib Fight sag ich mal das war ja auch der Gedanke bei McGregor das war der Gedanke bei Barbosa bei Pori immer dachte man sich yo genau so sieht ein Fight von Rabib eben aus er kontrolliert den Fight umklammert die Beine seines Gegners und sucht sich irgendwann dann seine Submission was meinst du Prognose ich denke Rabib finischt diesen Fight in der vierten Runde ich glaube nicht dass Kabib den Finish kriegt ich glaube es wird eine Entscheidung aber ich tue mich schwer weil ich so ein großer Geiji Fan bin ich will dass er gewinnt ich gönne Kabib das ich mag Kabib aber Geiji ist einfach the human highlight so jemand der so kämpft jemand der so viele geniale Kämpfe gehabt hat ähm dem wünsche ich den Sieg und er scheint ja auch ein richtig korrekter Typ zu sein netter Kerl äh Sozialarbeit will er machen später ne ähm aber ich ich denke auch also Kabib ähm so die die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich 2 zu 1 so würde ich das einschätzen dass Kabib gewinnt welche Runde achso Decision hast du gesagt ne ich denke ich denke schon ich kann mir schon vorstellen dass Geiji sehr müde wird irgendwann und dann vielleicht eine Submission aufgeben muss ähm aber ich kann mir nicht vorstellen dass Kabib ist halt auch sehr schnell als Striker und hat Kraft also er könnte Geiji auch irgendwann äh gut treffen und ihn ausnocken Geiji ähm hat schon ordentlich einstecken müssen in seiner Karriere und ähm sogar Tony hat ihn ja fast rausgeholt in der zweiten Runde genau genau war mit dem Haken meine ich war das genau und dann Michael Johnson und dann Dustin Poirier und Eddie Alvarez und davor in seiner Karriere gab es auch äh ziemlich heikele Situationen für Geiji also ähm ich würde sagen ich wäre jetzt nicht ja komplett weggeblasen wenn Nurmagomedov ihn irgendwann auch ähm im Stand erwischt und und Karo schlägt quasi gut ich würde sagen ich wäre überrascht aber gut sorry Vincent wiederholt sich ein bisschen gut ich würde sagen ja das war unsere Prognose für UFC 254 ich denke wir sind von der Zeit ganz gut knapp 40 Minuten ich freue mich auf jeden Fall auf die Fights wie gesagt Samstag auf ja Samstagabend einfach ab 20 Uhr startet die Maincard deutsche Zeit live auf The Zone Gratis Monat findet ihr bei WeLoveMMA in der Instagram Story ich danke dir Vincent fürs dabei sein ich hoffe du hattest deinen Spaß ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß und damit würde ich sagen hören wir uns beim nächsten Mal na klar bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.